Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Heute sind wir auf einer kleinen Museumsbahn unterwegs in England, und zwar auf der... Soll ich den Namen vergessen? Auf der Cayley and Worth Valley Railway. Okay, wir sind ungefähr 8 Kilometer lang, und da haben wir jetzt gerade eine Gala-Fahrt, und unsere Lok ist eine Class 73, das ist eine B-Mode-Lok, also die kann sowohl Third-Rail fahren, sowie auch Diesel-Modus, und dann haben wir hier eine Class 25, und die hat einen richtig geilen Diesel-Sound. Und ja, unsere Aufgabe ist es erstmal hier an diesen Wagen hier anzukoppeln, und dann geht's dann auch schon los. Das heißt, wir werden das erstmal hier vorziehen, dann Weichen stellen und retour. So, raus aus der Pause, und dann hören wir schon die geilen Diesel-Sounds hier. Okay, wir gehen in den Diesel-Modus, das wäre hier parallel, und lösen hier mal alles. Sehr gut, los geht's. Ja, haben sie wirklich gut gemacht. Ich meine, die Class 73 ist doch ein bisschen leise im Vergleich. Aber ist auch nicht wirklich laut in der Realität, so wie ich das in den Videos gesehen habe. In der Gatwick-Express-Fassung. Macht auch wirklich Spaß, mit der auch den Gatwick-Express zu fahren, in der historischen Variante. Hat auch einen ziemlich geilen Steuerwagen, finde ich. So, da vorne einmal anhalten. Okay, die Weichen, glaube ich, sind hier im Manuell. Ja, sind sie. Einmal da rein. Perfekt. So, ich würde sagen, wir machen das mal aus der Ansicht hier. Ah, was war der Hot-Gefilter aus der Kamera? Machen wir es halt so. Sehle, einmal rückwärts. Kannst du haben. Rückwärts war natürlich noch ganz gut. Ja, vielleicht gerade ein bisschen laut, schnell. Also zweimal pro Stunde. Oh, ein kleines Stück noch. Sag mal, ist da im Schub nicht Dampflug? Weil ich sehe es da gerade dampfen. Können wir gleich mal nachsehen. So, sind wir jetzt dran? Ja, fast. Möchtest du kuppeln? Warum kuppelst du nicht? Was ist da los? Hallo? Okay. Okay. So, du bist jetzt dran. Alles okay. Keine Ahnung, warum das jetzt so noch nicht gegangen ist. Okay, wir machen mal ganz kurz Pause. Ich möchte mich hier mal kurz umsehen. Ja, eben, da dampft es. Ah. Ich weiß, ich weiß, was das ist. Das ist doch diese Dampfheizung, was die alten Wagen hier haben. War da voll jetzt auch am rumdampfen. Wenn man das mir hier so anschaut. Ah, coole Sache. Soll ich mir da sonst doch hier rumstehen? Die Jubelibar. Cool. Und da hinten sonst nichts mehr. Ja, dann haben wir hier noch ein größeres Depot hier. Und ich meinte... Ne, das ist ja noch ein Kopfgleis. Irgendwo dachte ich, hätte es auch noch eine Drehscheibe. Was haben wir hier? Die White Rose Pullman Ditting Trains 2010. Ochsen Hope. Also ich habe ein Foto von der Station gesehen. Und das sieht relativ so aus wie das Original. Nicht schlecht. Okay. Dann würde ich sagen... Machen wir uns bereit und fahren mal runter. So, die Ansicht machen wir nicht mehr. Ja, wow. War wert, das wäre doch gut. Was für ein Held. Also die Bahn selber ist am 13. April 1867 umsprünglich eröffnet worden. Und war damals hier für die Industrien und für die wohlhabenden Mühlen, so wie ich das gelesen habe, da. Bis sie dann, glaube ich, 1968 rundherum geschlossen worden ist. Good train to stop and pin down brakes. Haha, das brauchen wir nicht mehr machen. Und ist dann recht früh dann zu einer Museumslinie geworden. Wo sie bis heute noch erfolgreich ist. Wir können das hier ausblenden. Höchstgeschwindigkeit ist eh 0,25. Ah, jetzt wird ein kleines Bremsabenteuer hier runter. Ich bin mir gerade sicher, ob die E-Brems hier hat. Na, da kommt schon der Kompressor. Haha. Ja, das hat wirklich schön gemacht. Gefällt mir von der Umgebung. Ich hab mal auf YouTube da... Ach wow, ich war die ganze Zeit im Gas, ich voll heine. Ah, Mann. Ich hab mir da vorne auf YouTube meine Mitfahrt angesehen. Sieht echt schön aus da. Also haben sie wirklich gut wiederhergestellt. Ah, da kommt schon das erste Stellwerk hier. Mit der Ausweisstelle. Moin Kollege. Ah, hoffentlich hat's auch ein bisschen KI verkehrt. Das wär noch schön. Ah, hier ist, glaub ich, das zweite Depot mit Halt. Oh, wir sind gut. Oh, da war so ein kleiner Glitch hier. Nicht sehr schön. Oh, da war so ein bisschen mehr Schmack jetzt hier. Oh, da war so ein bisschen mehr Schmack jetzt hier. Ich hoffe, das reicht. Wir sind eh zu früh. Schauen wir uns hier mal um. Oh, voll die schönen Lampen hier. 41241. Return to Steam API. Sponsor Firebox Day. Ich glaub, das ist tatsächlich echt. Okay. Schöne Stationsgebäude. Bis ich die Collection of Steam. Ich hab mir das Inter-Exhibition-Shet at Oxenhop Station. Ah, da kommen wir grad her. Kostenlos. Hier geht auf das End-Waiting-Room. Echt mit viel Liebe zum Detail gemacht. Und hier hinten. Kleines Depot. Hahaha. Mit Uraltkran. Alles klar. Stehen hier ein paar Sachen draußen. Was noch mal hier hinten. Ja, okay. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Sogar mit Pit hier. Und geht dann hier nach draußen. Sonst irgendwas Spezielles. Nö. Können wir bis da hinten reinziehen. Alles klar. Das ist ein bisschen unschön. Könnte aber auch sein, dass mir da vielleicht irgendwas fehlt. Kann gut sein. Ah, die sind Diesel-San. Den könnte ich mir den ganzen Tag geben. Aber von der würde ich mir so ein bisschen... ...ein Glanz-Textur-Update wünschen. Make-Tons 74 Tonnen. 20 Min pro Stunde. Hey, best case. Okay. Gehen wir wieder in unsere Lok hier rein. Ja, ja, gar nicht falsch. Schätze, gerade nebenbei Wikipedia-Ofen. Also, British Railway stellte den Betrieb auf der Strecke 1962 ein. Der letzte fortbeinmäßige Personenzug verkehrte am 31. Dezember 1961. Am Museumsbauernverein verkaufte die Strecke von BA und eröffnete 1968 den Museums, mit der im Stile der 50er Jahre durchgeführt wird. Die KWVR, also die Kurzfassung von der, ist eine bedeutende Touristenattraktion geworden. Sie wird von mehr als 500 Freiwilligen und sie bezahlt Mitarbeiterbetriebe und befördert mehr als 110.000 Fahrgäste im Jahr. Krass. Und, auch noch ein interessanter Fakt. Die KWVR ist derzeit, Stand 2015, eine von nur zwei Museumsbahnen in dem freien Königreich, die eine vollständige Nebenstrecke in ihrer originalen Art und Weise betreiben. Die andere ist die Ecclespurn Valley Railway in Wickersworth, Derbyshire. Interesting. Da hat man noch was. So, wie schaut's aus? Darf man jetzt langsam mal abfahren hier? Oakworth. 10, 13. Alles klar. Schaut aus, mit sexy Aufnahmen. Mal das Interface auszblenden. Und es geht hart. Dankeschön. Oh, was? Gelb? Alter, warten. Oh, da vorne wäre auch nochmal so Platz für die Sexys. Irgendwie hier so. Ja, das sieht doch geil aus. Ciao. Ah, wobei, das sah jetzt nicht so geil aus. Ah gut, da habe ich schon Schlimmeres sehen. Schöne Stellenbrücke da. Ah, da, vom Hintergrund her. Schön gemacht. Überall was zu sehen. Da ab und zu könnte man ein bisschen mehr Details machen, aber... Ich denke, ist schon okay. So, da haben wir eine Einfahrt. Glaub ich. Ja. Ist das schon der Halt hier? Ja, das ist der Halt hier. Mein Seid. Ja, ist schon hier. Okay. Äh, mal die Tür aufmachen. Ah, da reg es wird. Hören wir uns mal hier um. Interessant, da die Weiche so umzustellen mit dem Teil. Wart, was? Aber es ist ja da viel zu lang für die Plattform. Ja. Hier so eine kleine Abstellung. Ah, ein Parkplatz hier. Ja. Was wird denn das Signal hier gesteuert? Wird das hier von da drinnen gemacht? Ich würde jetzt kein Stellwerk sehen. Demons Junction to get the Token. Alles klar. Bremsen lösen. Und dann kannst du schon mal losfahren. Währenddessen... Können wir uns das hier anschauen. Jetzt auch ein kleines Seiding. Vermutlich haben wir da auch früher irgendwie Güter geholt oder so. Steht jetzt aber nicht aktiv in Verwendung zu sein. Sehr schön. Also die Strecke hat ja auch nach wie vor Anschluss auf die Hauptstrecke. Also der letzte Bahnhof ist quasi aufgeteilt zwischen der Nebenstrecke und der Hauptstrecke. Also kriegen die auch regelmäßig Besuch von Gästen. Also im Sinne von Fastlokomotiven. Es gibt für das auch ein recht umfangreiches Gala-Szenario-Paket. Wo der quasi der ganze Tag abgebildet ist mit den unterschiedlichsten Dampfloks. Ist auch der Spaß. Jetzt habe ich mal ein, zwei Szenarien davon mal gespielt für mich. Hat schon was los dann hier auf der kleinen Strecke. Oh, Class 47, oder? Oder ist es eine Class 40? Na, für die 7. 40? Ne, ist es eine Class 40. Nice. Warte mal, muss ich hier anhalten? Ja. 10 Meilen pro Stunde. Und hinten die nächste Diesel-Lok. Das sind die Kombi, mit denen ihr da unterwegs seid. Das sind das MKVs, was der da dran hat. Ob das ein MKVs ist. Ja. Mit Restaurantwagen hier unterwegs. So, Schönheit. Wenn es sich nicht, please Sie may depart. Your next stop is Demems. Ach, mit dir muss ich auch mal wieder fahren. Aber wenn du nicht dieses Problem hättest mit dem Überhitzen. Okay, unsere Wagen dampfen ja auch. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nix im Stellenberg. Okay. Das schaut's aus. Ob wir dürfen fahren. Tschüss, Kowski. Schade, dass er nicht wegfährt. Oder macht er das noch? Nee, nee. Naja, egal. Ich muss mal schön ignorieren, dass wir jetzt ein bisschen zu schnell fahren. Warum sind da zwei Stellwerkshäuschen gerade aufeinander? Können wir doch auch in der Mitte platzieren können, oder nicht? Wow, die Plattform ist ja noch viel kürzer. Das wäre eigentlich irgendwas für ein DMU, wenn überhaupt. Mal schauen, dass ich hier so anhalt, dass ich hier auf den Halt als gewertet kriege. Mal schauen, dass wir noch ein bisschen ziehen hier. Wollen wir, ich brauche doch ein paar Personenwagen parallel. Nimmt das jetzt? Ja gut, der hat's eh nur als Halt drin. Haha, boah, das ist zu kurz. Oh, schön gemacht hier. So ein Aufstieg hier. Was hat's denn hier? Da hat's ein paar Wohnhäuser hier hinten. Next Hub ist Ingro West und sowas wie eine ehemalige Fabrik da hinten. Vermute ich mal. Na gut, kommen wir weiter. Sollen ja irgendwann hier auch nochmal ankommen. Ingro West, 0,7 Mine. Nicht sehr weit weg. Wieso wackelst du denn du jetzt so? Okay, jetzt los. Nähä, hab ich jetzt irgendwie Bremsen angezogen? Okay, das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Irgendwas ist hier gerade nicht koscher. Ähä, das ist jetzt gerade nicht so. Warte mal, die Bremse sind wir gerade voll rein. So, bitte lösen. Möchtest du jetzt fahren? Wax Elector ist auf Auto? Was hast du denn jetzt? Also da ist... Hm. Also ich sehe gerade offensichtlich den Fehler nicht, was mit der Lok jetzt gerade los ist. Und ich kann es ja zwingen, dass wir schneller werden. So, mal kurz gucken. Hier ist alles okay. Was echt jetzt? Die Lokbremse war ganz leicht anzogen. Howdy shit. Ja, Bremskraft hier. Oh man. Chaos, wir will nur noch ein Chaos machen hier. Okay. Ich habe es aber auch gedacht, hier bei dem Wegzylinder, dass er da oben gewesen ist. Ob das nicht gut ist. Ah ja. Ich sollte nicht spät nachts irgendwelche Züge fahren. Das ist jetzt literally halb zwei in der Früh. Aufmerksamkeit nimmt ein bisschen auf. Okay, hier glaube ich war der Vergangenheit definitiv mehr Gleise. So breit wie der Tunnel hier ist. Und danach ist gerade schon der Halt hier. Moin Leute. Wir haben leider eine leichte Verspätung. Ob dafür eine kleine Unfähigkeit. Jo, komm. Ein paar Meter noch. Gut. Wollt ihr mal einer nachsteigen lassen. Was haben wir hier alles? Hier ist ein einzelner Wagen, der hier draußen steht. Glas Uhr eckt. Engine Shirt. Hier unten haben wir Museum of Raid Travel. Vintage Carriage Trust. Also okay. Dann stehen hier ein paar historische Sachen drin. Coole Sache. Ich meine, dann hast du ganz oben ein kleines Museum. Dann hast du hier ein Museum. Also eigentlich kannst du hier fast überall aussteigen. Und du siehst irgendwie was Interessantes. Okay. Kelly. Letzter Halt. Da haben wir wirklich was Interessantes hier in echt zu besuchen. Ein schöner Tagesausflug, wenn man in der Nähe ist. 10.30 Uhr. Geplante Ankunft. Ich meine sogar, wir werden ein bisschen früher da. Mal sehen. So, in der Bar. Nutzt eigentlich irgendjemand von euch Track-IA? Ich hab mir das called. Eigentlich am Flight Simulator. Hab's mal eingerichtet. Aber ich weiß nicht. Ich werd mit dem Track-IA nicht so wirklich warm. Ich meine, ist eh das Konzept, ne? Da muss ich ein bisschen leicht nach links gucken. Und die Kamera geht dann recht mit, damit du halt irgendwie so das natürliche Gefühl hast. Aber ich weiß nicht. Entweder krieg ich's nicht für mich sauber eingestellt. Aber ich werd damit nicht, warum ich das wirklich aktiv überall nutze. Track-IA hättest du ja auch hier im TS Classic. Aber hier hab ich das noch nie so wirklich vermisst. Ich meine, ich schau jetzt hier mit der Maus hin und her. Aber im Flugzeug, da wär's halt schon echt praktisch. Ah, da sieht man die Überreste von einem anderen Gleis hier noch. So, da läm. Einfahrt steht. So, man muss das Teflchen für 20. Da. Oh, da stehen ja noch ein paar mehr Diesel-Legenden. Aber das sieht noch für die Sam aus. Ja, das ist eine Fette Sam. Moin. Also, ein bisschen Diesel-Teamt heute, hä? Oh, die schaut ein bisschen wilder aus hier. Die sollte man gewaschen werden. Oh, fetter Wasserturm hier. Hey, da ist ja ein DMU. Geht doch. Tudala. So, und bevor ich jetzt die Leute hier einsteigen lasse, werden wir uns hier mal ganz kurz umsehen. Also, hier ist der Anschluss auf die Hauptstrecke. Das hat hier sogar... Ja, hat hier Oberleitung? Ja, fehlen aber irgendwie die Assets dazu. Und hier ist der andere Bahnsteig. Ach, da sind sie da. Ich glaube, das ist also zweckmäßig. Okay, ich mache mal ganz kurz T. Wo ist die Station? Hier. Da ist die Drehscheibe. Kann ich die drehen? Nö. Wir wissen es so nicht. Alles klar. Ja, gut. Das war der kleine Ausflug hier auf der Museumslinie. Ich hoffe, der hat euch gefallen. War keine besonderes lange Fahrt, aber ich finde sie rein von der Szenerie her recht schön. Und wie gesagt, holt ihr euch das vielleicht. Gibt da ein schönes Szenerie-Pack mit den ganzen Galafahrten. Wo ihr nicht mehrmals auf- und abfahrt, auch mit unterschiedlichen Dampfloks. Macht das schon Spaß. Also, bis dann. Gute Fahrt und bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Videos und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.